Hallo ihr Lieben, heute Morgen hatte ich mega Spaß mit der KI. Ich war auf www.hedra.com, hab mich da registriert und angemeldet. Und dann für umsonst ein Text, ein Bild und dann hat der rechts ein Video generiert. Ich zeige euch das jetzt an drei Beispielen, also www.hedra.com. Wenn ihr lange nicht gelacht habt, das ist genau die Gelegenheit. You'll make yourself unpopular if you don't conform. I think that's a good price to pay. You'll make yourself unpopular if you don't conform. I think that's a good price to pay. Hier habe ich dann ein anderes Bild genommen und auch wieder einen Text generiert. Also Leute, ich habe mich schlapp gelacht. Herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Albers. Ich wurde 1965 in der Nähe von Lüneburg geboren und bin in Bardowik aufgewachsen. Seit 1988 lebe ich in Berlin. Ich baue seit über 20 Jahren allein an dieser privaten Homepage. Ich wünsche dir viel Freude auf meinen Seiten. So, und wenn es so viel Spaß gemacht hat, ein drittes Mal. Aber dann soll es auch gut sein. Also www.hedra.com Herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Albers. Ich wurde 1965 in der Nähe von Lüneburg geboren und bin in Bardowik aufgewachsen. Seit 1988 lebe ich in Berlin. Ich baue seit über 20 Jahren allein an dieser privaten Homepage. Ich wünsche dir viel Freude auf meinen Seiten. Also mach das unbedingt. Es ist zum Todland. Es ist so geil. www.hedra.com Okay, tschüss.